Nicht der kleinste Tropfen – Fesselspiel mit übervoller Blase Bei der Rückkehr vom Strand ist Bens Blase extrem voll. Sehr zur Freude seiner engelsgleichen Freundin Nicke. Diese nutzt seine drängende Pinkelnot auf teuflisch betörende Weise für ihre eigene Erregung. An die Bettpfosten gefesselt, bleibt ihm der Gang zur Toilette verwehrt. Wie heiß wird der blonde Engel, bis die Flut losbricht. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de